20 Jahre Neverhorst Was so ruhig und friedlich beginnt, endet in einem Grauen, für das die menschliche Sprache keinen Ausdruck kennt. Geschichten aus der Götter und andere göttige Geschichten. V2, bitte bringen Sie umgehend die Mumie in Position! Kampf- und Action-Szenen wie nie zuvor, eine neue Dimension des Filmspektakels. Geschichten aus der Grotte und andere göttige Geschichten. So, verdammt sauer, echt? Da wird der Kinosessel zum elektrischen Sturm. Kleines bisschen nur, nicht alles. Gelsüchtig bin ich nicht. Du Arschloch, da bin ich schon wieder! Mit dem Spinnetz fange ich den Skorpion! Geschichten aus der Grotte und andere göttige Geschichten. Das letzte große Abenteuer, das harte Männer je gewagt haben. Tilo und Simon Gose-Johann präsentieren ihre gesammelten Werke auf einer sensationellen Doppel-DVD mit dem Titel Geschichten aus der Grotte und andere göttige Geschichten. Über 20 Filme. Restauriert und aufpoliert. Dazu Soundcheck, CD, Audiokommentare, Making of Outtakes, Deleted Scenes, Interviews und vieles mehr. Hol dir diese heiße Scheibe! Jetzt!